hallo und zurück in kürat der heimat von die ich gehe ich hier und mit dabei und haben wir den einen schwersten alle l in der Nähe erlauben und die Lütter weiter ich soll das der Rett er war er auch so im Kopf da müssen wir noch ein bisschen mal tun der Tourist Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen schon mal eine Quest für dich. Und der TZ löst jetzt erst mal für sich auch die Quest. Dass wir zusammen starten können, die Quest machen können. Und zwar glaube ich, werden wir ein paar Fälle holen. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtien. Oh, Pfeile und Bogen habe ich am Start, okay. Ihre Fälle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Dann sag mal Bescheid, wenn du die aktiviert hast, die Quest da. Ja, ich habe schon mit dem Info. Okay. Okay. Okay, ich habe Bobbles. Du hast Bobbles, okay. Diese lilan, ne, oder rosan, die auch immer. Die rosa sind Pflanzen. Ach, die rosanen sind Pflanzen, okay. Achso, du meinst einen gelben Bobble, wo wir hin müssen. Alles klar, dann würde ich sagen, starten wir dann doch. Auf geht's. Können wir doch loseln. Obwohl, hier steht ja ein schöner Quad rum, wachs. Das ist ja deine Welt, ne, Quartz. Ja, oh, jetzt kommt schon wieder ein Tutu. Lenken, ja, ja. Bremsen, ja. Schießen ist auch klar. Handbremse brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Halten zum On- und Aussteigen. Okay. Dann wollen wir mal mit knacken Quad drüber segeln, denn. Nnennennennennen. Oho. Nnennen. Auf, ich gebe sie keine Plütze. So, und dann guckst ich mir dann noch. Wenn wir einmal kurz Gas geben, dann sind wir schon da. So. Und da sind wir. Trifft dich mit Kana. Dann wollen wir uns doch mal treffen, wenn man die sagt. Hoffentlich haben wir bald unser Kurs frei. Ja, das hoffe ich auch. Du bist so einsam hier ohne dich. Ja, ne. Dann macht das dein Du- bisschen mehr Spaß. Oh, ich glaube, du musst den Gegner hoch, ne? Ja. Ich werde mal kurz mit ihm quatschen. Ja, du musst hier in so ein Hütten-Gegend hier. So, hier sind ein paar Häuser und da sitzt er und solch. Okay, alles klar. Dann gehe ich mal zum Säufer. So, dann wollen wir mal quatschen mit ihm. Ja, das ist ja. So, dann können wir mal quatschen mit ihm. Oh, ich habe noch eine Aume. So, dann gehen wir mal kurz. Fuck. Ähm, Amita schickt mich. Entscheint haben sie... Irgendein... Problem mit wilden Tieren? Erweiche den Aussichtspunkt. Ach toll, jetzt muss ich auch noch Wölfe erleben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanan. Naja, zum Turm werde ich mal zu Fuß gehen. Sie hat eine Menge getötet, dabei dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. Okay, hier kommen wir in ihn rein. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan will ja auch eine Art Traum hat, die du einsetzen kannst. Und AJ... Kann man hier irgendwo noch Teile sammeln oder nur? Fällt jetzt nicht so aus. Oh, doch! Wie kann ich das denn einsammeln? Ups! Das war ganz schlau. Hä? Okay, die kann ich anscheinend nicht einsammeln. Kann ich nicht einsammeln. Irgendwas einsammeln ist doch, glaube ich, mit Ehe, oder? Ja. Aber ich kann die Pfeile hier nicht aufnehmen. Nee, das ist voll. Was denn? Dann hast du genug Pfeile. Okay. Dann habe ich leider genug. Wollen wir gleich mal sehen, ob ich genug habe. Das wird sich denn gleich noch herausstellen, glaube ich. Folgen war einfach auf der Spur. Oder schon, ja. Oh ja, das habe ich auch schon gesehen. Oh Gott, wie zieht man denn mit dem Ding so? Sauerkill. Ja. Ja. Ich muss lieber sich hier besser anschauen. Ich frag mich gerade, wie man hier ziemlich damit zählt. Ah, so. Okay. Hey, ich hab die... Es muss erst mal rausfinden, wie man damit zählt. Das ist jetzt halt. Nein, jetzt läuft er weg. Warum? Ach, jetzt kommt erst die Ansage, wie man schießt. Das ist ja schön. Was? Ich hab nur Anti-Baby-Dülle gefunden? Ah! Ich war angegriffen von der Wand. Sag dich, dass du die findest. Die Schwester. Oh mein Gott, ich muss A drücken. Ah! Wo ist er? Nein! Alles klar. Steuerung. Kommt wieder weiter. Nein. Okay. Halten. So, ein Fell hab ich. Ja gut. Ich glaub, ich hab meine schon eingesammelt. Automatisch. Das ist der Aussichtspunkt also. Okay. Brücke Y und Kamera. Hm. Tut ein Cheat. Was war denn dein Ups? Ups war ein Fass. Dein alter Feind. Alter, hier sind ja so einige. Kann ich den nicht markieren? Doch. Das sind ja mehrere Wölfe. Dit, ado. Verstöre den Wolfsbau, Na Toll! Onne Toll! 75 Tote später. Bist du schon beim Wolfsbau? Ja. Der zweite Versuch, ja. Ach, bist du schon gestorben? Ja, einmal. Trinkfass. Aber diesmal. Passiert. Oh, da steht sogar ein Quag beim Wolfsbau. Da liegt ja auch irgendwo. Hier mal hier. Ah, ich hab Unterhemden gefunden, endlich. Was, Unterhemden? Unterhemden, ja. Oh, wieso endlich? Da hat nur zwei eingepackt, da wollte ich nicht lange bleiben, sein Führer. Und deswegen ist das so praktisch. Brauchtest du also ein paar Klamotten, ja? Genau, zwei neue Hosen, dann hab ich alles, was man. So, das ist ein Wolfsbau. So, das ist ein Wolfsbau. Nein, jetzt läuft der Wolf weg. Warum? Oh, scheiße. Ist der jetzt hinter dem Berg, oder? Wo ist er? Da geht's auch was, der Wolfsbau. Aber ich glaube... Ich bin getroffen, ne? Oh, die laufen weg! Das ist doch doof. Ja, aber das ist zu tragisch, dann triffst du euch wieder. Einer schickt hier irgendwo? Wo liegt der denn? Irgendwo hier hinterm Feld? Oh, sauberer Kill. Doppelte Ausbeute. Halt Glückwunsch. Dankeschön! Ich glaube, ich hab ein Headshot gemacht, oder so. Cool, ich hab auch gleich ein paar Pfeile gefunden. So, der rennt da irgendwo. Oh, der geht genau auf mich zu. Hey, was ist das denn für ein Pfeil? Alter! Sie ist gerade ein Wolf explodiert. Ich hab so eine komische Explosionspfeile. Alter, ist das mies. Jawohl! Ja, ist für euch. Ja, sind wir froh. Ja, sind wir froh. Und wenn ich das letzte Quest gehört, dann haben wir mal gerade. Ja, vor allem, ich kann die Fälle ja gar nicht abziehen, es gibt ja gar kein Fälle mehr. Oh, doch hier. Hey, die sind eben gerade explodiert, wie kann er noch im ganzen hier liegen? Ja, die sind richtig. Würfel, wenn ihr hier. Ne, der Scher. So, sie erst mal alle Wölfe einsammeln, dass ist Schwein. Das ist ein Schwein, das ist ein Hü. Hier haben wir noch ein Wolf. So, dann haben wir hier hinten noch was liegen. Ey, lass mich vorbeu. Ich will den Schatz haben. Ach, wö. So, hier noch einmal. So, was ist eigentlich mit dem hier, der hier am Boot rumliegt? Oh, meine Pfeile. Hä? Den Wolf kann ich nicht häuten? Warum? Komisch. Wahrscheinlich schon genug. So. Toll, ich hab schon wieder ne Antibabypille gefunden. Ich hab auch noch so ne Maxi-Binde für dich. Alter, kannst du uns? Brauch ich erst mal nicht. Ne, ich auch erst mal nicht, danke. Ich nehm dann doch eher die Antibabypille. Und jetzt hab ich auch noch Wunderkerzen. Oh, das ist doch schön. Wunder. Aber es ist doch Party zur Antibabypille. Beutetasche fast voll. Aber ich soll doch alles mitnehmen. Ich kann nix dafür. Ach, da hinten liegt auch noch einer zum Häuten, oder was? Nee. Hä, das ist ein Schwein. Können wir das meinetwegen auch noch mit? Mit dem, den hatte ich glaube ich schon, ne? Ja, dann müssen wir mal erstmal das Wolfsding hier zerstören. Worum soll ich das hier machen sollen? Mit deinem Feind den Fass. Aber nicht zu dir stellen, bitte. Hey. Doch, hier ist noch ein Wolf drin, den ich noch holten muss. Gut. Ach, einfach nur aufs Fass schießen und das war's? Hm. Die sind gut, AJ. Aber ich habe ja keine Explosionsfeile mehr. Wie war das, Tanker, ähm. Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Jallung. Hier geht es um die Göttin Kühe. Kabuuu. 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 Gehre zu Kanan zurück. Das ist ja schön, das ist ja richtig so schön wie Dings hier, wie, wie, äh, Serra. So, und ab mit dem Quart. Oh, da kommt noch ein Wolf. Soll. Das war voll geil. Der eine ist böse von denen, ja. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Zeig dir, wie ich mein Coop verwende. Nee, 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 nee. Nynynynynynyn. Oh. Hat der will denn der hier, der vielleicht? Ne, hat sich erledigt, alles klar. Ein Video! Das wölf mal, wo ist das für cool? Untertitelung des ZDF, 2020 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 und dann auch Herstellung. Genau, also gut. Bist du denn schon wieder in deinem Zimmer? Nö, ich bin noch draußen, aber ich kann es ja auch mal. Nö, aber dann, ja, wie gesagt, das steht dann nachher, wenn du in deinem Zimmer wieder bist. Dann kannst du das sowieso nochmal machen. Ich glaube, jetzt habe ich erst mal alles fertig hier. Ja, ach so. Tageszeit, Anna. Ach so. Einmal Bubu machen. Gut. Was machen wir denn als nächstes? Dann müssen wir eigentlich ja S machen, ne? Dann machen wir S. Denn bewege ich mich schon mal zu S. Hier ist S, so er schon. Säge. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um die Sender zu übernehmen. um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Was hätte ich sein können? Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Verspricht das Substanz. Okay. Versprochen. Propagandamaschine. Der Aufstieg ist schwer. Na tolli-wolli. Das ist nicht schwer. Was machst du denn gerade, Feines? Ich bin genau, wo du bist. Ich bin auch bei der Propagandamaschine. Ach so. Hast du auch gerade das Bild gehabt damit? Genau. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hin, da wo wir hin sollen. Ja. Ein chilligen Spaziergang. Ich bin ein Seilrutsch, wenn ich warst du. Ja, ich bin auch weh. Hast du heute schon genug geübt? Hehehe. Geh, hier. Huiiiiiii. Huiiiiiii. Vielen Dank. Bitte beehre mich bei... Huiiiiiii. Tadaa. Oh, keiner klatscht. Na gut, dass ich kein Salto gemacht habe. Oh cool, hier ist ja schon wieder ein Quad. Ja, da hatten wir es, ne? Was denn? Nein, das auch nicht. Aber man muss ja immer nur 200 Meter fahren, das ist ja voll langweilig. Ich denke mal, das wird später noch mehr. Ja, hoffentlich. Geh dir die Unfallstelle an. Bin ich also schon da? Ich meine, du sollst das. Ich habe ein grünes Blatt gesammelt. Oh, ja. Was ist denn hier passiert? Oh, ein Medikid. Adler, Adler. Ein Kletterhagen. Ich ahne, Schlimmes. Nö, das ist die Liederschaft. Und ich bin immerhin schon von... Das haben wohl die mir gefallen. Hehehe. Das war auch für große Kinder. Äh. So, kann ich den wieder mitnehmen? Äh. Hallo. Das war jetzt nicht... Den Kletterhagen wollen wir gleich mitnehmen, wa? Den hast du automatisch. Achso, okay. Oh, okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, wollen wir mal gucken hier. Guck mal, da gibt es auch noch ein Pflänzchen zum Sammeln. Ich habe zwar eine volle Tasche, glaube ich schon, aber... So, da muss ich hoch. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt hoch? Nein! Hä? Ist da noch ein Platz frei gewesen in dem Bett, wo der andere lag? Oh, ernsthaft? Jetzt kann ich da wieder hoch? Warte mal. Ein Sekretchen! Ein Sekretchen! Machen wir das so? Und so! So wird ein Schuh draus. Und hoch! Oh! Wee! 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 Ach Gott! Hüpfen! Hä? Das ist jetzt blöd, wie gesagt, wie soll man da hochkommen? Ich komme da nicht raus! Wieso soll ich den Haken lösen? Dann falle ich doch runter! Das ist so ein Doppelhaken! Das ist so ein Doppelhaken! Das ist gut! Ja, kann ich ja nicht! Läden Sie daher alle Wilderer den Behörden! Ich fall ja dann runter, wenn ich den Haken löse! Ich verstehe nicht, wie ich auf diesen scheiß Berg hier rauf kommen soll! Du hast einen Haken, da schwingst du dich hin! Wenn du ganz oben bist, musst du wieder in die Rücken, dann schmeißt du nochmal den Haken und quasi wie so ein... Ja, ich bin ja auf dem zweiten Haken schon gewesen, aber ich komme da nicht raus auf diesen Berg! Er klettert da ja nicht hoch! Äh, linke Maus hast du und dann klettert er hoch! Ja, aber er klettert nicht hoch auf diesen Berg rauf, auf diesen Vorsprung! Den Haken rauf her, finde ich, kriege ich auch hin, ja, aber dann passiert ja da nichts mehr! Ich hänge hier nur am Haken, mir ist ja nicht! Ich komme auf diesen Berg nicht rauf! Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich! Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Berg kommen soll! Bei dem zweiten Haken! Hey, wenn du ganz oben bist, guck mal! Geht nicht! So schlau war ich auch schon! Ja! 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 Was muss ich da rauf wahrscheinlich? Nein! So, so wird ein Schuh draus, sehr schön. Alles klar! Ich hätte doch eben eine Schussmauer gehabt. Geht doch! Aha! Ich bin so saubunien. So! Da hat er grüne Leute. Ah! Ja! Ja! Kann ich hier auch öffnen? Ach, da oben oben. Wie ist das jetzt hier? Ja, toll! Ja, Leute! Jetzt habe ich da einen Haken. Da komme ich gar nicht hin. Dann würde ich da einen Haken hochwerfen. Ich bin viel zu weit weg. Und was von da unten? Ich werde hier sterben, wenn ich hier runterfalle. Und wo ist der Haken da? Okay, das sieht gut aus. Okay, das sieht gut aus. Und... 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 Oh nein! Oh, fuck! Oh... Oh... Oh, zum Glück muss ich es nicht normal machen. Ich bin irgendwie dieses Scheiß-Beckjungen untergefallen gerade. Nur weil ich zur Seite gegangen bin. ja das ist ganz schön der stelle das Signal wo ist denn das Signal er ist heute ein goldenes Fad und wir sind hier für deine Hilfe dank Boah schon wieder so ein pissiger Atmen ist das zu glauben? Longinus fliegt nicht ganz sauber aber wenn du Waffen brauchst ist er der Richtige? ich aktualisiere deine Karte finden wir was schönes? Nice Lockentürme erreichel dich befreie Türme die Miebel auf der Karte zu lichten na gut da wollen wir mal da hoch würde ich sagen da war der da war der hier rüber ich muss dich was fragen er läuft da nicht rüber oh alter es ist doch ein scheiß hier da hier drüben danke dir tausendfach wieso so ruhig ich bin hier hoch konzentriert es war aber schlecht im Let's Play ich bin jetzt auf Jagd ich mach eben nicht die Tieren für meine ach ja da ist ein Vieh vater so blöde Affe ich brauch ein Handy hier ooooh ich weiß nicht wie ich auf diesen scheiß Turm hier kommen soll eigentlich ist da nix oh Gott muss ich hier rüber nein wo die Seile runter hängen die Seile liegen oder sowas da ja ein Seil bin ich ja schon hoch ich komme jetzt hier weiter weil ich das Kopf rutschießen ja sooo ach nee hier oh na toll jetzt habe ich deine Kiste übersehen schlachkissen ist in der Tür auf den sooo und dann hier weiter oh lauene Kille hier soll der noch so ne komische Leide hier hoch oder was ah sieht's aus da die 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 So, da haben wir doch mal ein paar Orte! Freige Schalle, was haben wir denn jetzt? Ah, drei Punkte, okay. Reise! Ach, jetzt bin ich ja wieder zu Hause! In mein Zimmerchen! Ja, guck, wir spielen! Hä, wieso geht das denn weg? Ja, ich hab schon gesehen. Toll. So, ich hab's zwar noch nicht so ganz verstanden mit der Tageszeit hier, aber... ...die er an der Uhr einstellt, aber irgendwie ändert sich hier nichts. Ah, ich hab das! Oh nein! 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 Danke! Weißt du, mein Großvater sagt sie immer... Gut, ich muss hier zu longi...longios oder so gehen. Ja. Aber das machen wir nächste Woche. Wenn es wieder heißt. Wenn es wieder heißt, ob der TZ vielleicht das nächste Mal mehr redet. Ja, tut mir leid, über dieses Spiel bin ich mir total. Ja, das ist aber schlecht, er kann's kein Display machen, wenn du nicht redest. Ja, wir haben ja nachher, wenn wir unsere Box haben, dann wirklich zu Texas. Ja gut, so lange können wir jetzt aber nicht warten, wer weiß nicht, wie lange das noch dauert, ne? Alles klar, denn... Vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei Parkway! Juhu!